Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit dieser aktuellen Debatte und den Anträgen unserer Fraktion und der Fraktion der CDU sprechen wir in der heutigen Plenarsitzung dreimal über das Thema Brand- und Katastrophenschutz. Und das ist angesichts der enormen Bedeutung dieses Themas für die Sicherheit unserer Bürger und unseres Landes und der offenkundigen Missstände nur angemessen. Unsere Feuerwehren forderten jahrelang vergeblich mehr finanzielle, administrative und moralische Unterstützung und eine bessere Ausrüstung. Den Haushaltsberatungen lehnten die Ampelfraktionen die Anträge der Opposition ab, Feuerwehr- und Katastrophenschutz finanziell besser aufzustellen. Es musste erst ein Unglück passieren, um die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen wachzurütteln. Dabei waren die Warnzeichen bereits ein Jahr vorher schon auf Alarm gestellt. Der bundesweite Warntag 2020 zeigte erhebliche Missstände auf. Warn-Apps funktionierten nicht, Sirenen waren nicht vorhanden oder nicht mehr funktionsfähig, landesweit und auch und gerade im späteren Katastrophengebiet im Ahrtal. In der Beantwortung meiner kleinen Anfrage unter der Drucksache 1713203 teilte mir das Innenministerium mit, dass der Landkreis Ahrweiler derzeit über keine Sirenen verfüge. Die Warn-App Katwarn habe deutlich verspätet gewarnt, das digitale Alarmierungsnetz sei noch im Aufbau und eine Erstinbetriebnahme erst für das Jahr 2022 vorgesehen. Als AfD-Fraktion haben wir damals schon eine Behebung der identifizierten Probleme und einen wirksamen Schutz unserer Bürger vor Katastrophen aller Art gefordert. Es war fahrlässig und verantwortungslos, wenn sich die zuständigen Stellen in einer solchen Situation alleine auf eine App verlassen, die nur von einem kleinen Teil unserer Bürger genutzt wird und deren Zuverlässigkeit fraglich ist. Die Ahrflut vom Juli 2021 kostete 135 Menschen das Leben und legte die Mängel des Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz schonungslos offen. Die Warnung des Landes an die Kreise erfolgte viel zu spät. Die Krisenkommunikation fiel fast vollständig aus. Warnsysteme waren nicht vorhanden oder haben weitgehend versagt. Die Frage der Einsatzleitung ist bis heute strittig und die Ausrüstung war nicht der Aufgabe angemessen. Und Frau Betzing-Lichtenthaler, Sturzfluten dieses Umfangs gibt es an der Ahr seit mehreren hundert Jahren, die hundertjährigen Fluten. Dafür braucht man nicht den Klimawandel zu bemühen. Das ist etwas, für das hätte man nur die Historie sich anschauen müssen. Da brauchen Sie jeden Experten zu fragen von der Enquete-Kommission. Und das war Thema in der letzten Sitzung. Am Dienstag hätten Sie Ihre Leute besser mal gefragt. Nach dieser Zäsur, meine Damen und Herren, hat unser Hohes Haus zwei zusätzliche Gremien eingerichtet, um die Folgen der Ahrflut aufzuarbeiten. Den zunächst von unserer Fraktion geforderten und von der CDU anfangs als völlig aberwitzig bezeichneten Untersuchungsausschuss, sowie die Enquete-Kommission Katastrophenvorsorge, die unseren Katastrophenschutz neu aufstellen soll, was dringend erforderlich ist. Unsere Enquete-Kommission wird in Kürze ihren Zwischenbericht zum Thema katastrophischen Schutz vorstellen. Als ob man unserer Fraktion hat es mich schon verwundert, dass die Landesregierung diesen Zwischenbericht nicht abgewartet, sondern vor zwei Wochen ihre Pläne zur Neuausrichtung des Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz vorgestellt hat. Inhaltlich sind wir aber durchaus mit den Plänen der Landesregierung einverstanden, haben ihre Vertreter noch offensichtlich der Enquete-Kommission genau zugehört und unsere Vorschläge fast eins zu eins übernommen. Schon Anfang 2022 haben wir die Einrichtung eines Lagezentrums für Katastrophenschutz gefordert, das rund um die Uhr mit hauptlandlichen Fachexperten besetzt ist, über alle größeren Gefahren im Bild sein und informiert werden muss und den nachgeordneten Ebenen Anweisungen und die Einsatzleitung an sich ziehen kann. Und natürlich haben wir auch eine entsprechende Anpassung des LBKG gefordert und diese unsere Forderungen als Entschließungsantrag in die Haushaltsberatung 2021 eingebracht. Seinerzeit wurde unser Antrag abgelehnt. Nun setzt die Landesregierung ihn doch um. Vorbild für den Antrag war übrigens das Land Niederösterreich, dessen Landesregierung und der Enquete-Kommission auf Vorschlag unserer Fraktion einen Überblick über die dortigen vorbildlichen Einrichtungen gegeben hat. Konsistent haben wir außer mit der Enquete-Kommission des Landtags eine insgesamt stärkere Rolle des Landes und die Überprüfung der Rahmen, Alarm- und Einsatzpläne durch das Land gefordert, was auf den Widerspruch des SPD-Obmanns traf. Auch hier ist die Landesregierung mit der Einrichtung einer eigenen Behörde mit Fachaufsicht letztlich doch unseren Vorschlägen gefolgt. Und gleichzeitig, meine Damen und Herren, ist die Übernahme dieser Vorschläge ein Geständnis früheren Versagens. Meine Damen und Herren, Regierung und regierungstragende Fraktionen sollten das zum Anlass nehmen, ihre unzweckmäßige und destruktive grundsätzliche Ablehnung von Vorschlägen der Opposition zu überdenken und insbesondere auch den weiteren Vorschlägen zum Katastrophenschutz zu folgen, auf die ich in der nächsten Runde eingehen werde. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die gestiegene Bedrohungslage ist nicht vom Himmel gefallen, sondern davor haben lange gewarnt, unter anderem der Landesfeuerwehrverband, aber auch die Opposition als Rufer in der Wüste und spätestens der vielgeschlagene Landesalarntag 2020, über den ich eben gesprochen habe, hätte klarmachen müssen, dass sich signifikant etwas tun muss. Ja, Frau Bezim-Lichtner, Sie haben eben die Thematik Blackout erwähnt. Das ist ja eine Folge Ihrer Energiepolitik mit nicht grundsätzlich erneuerbaren Energien, dass unsere Netze instabil sind. Aber es ist gut, dass Sie diese Problematik überhaupt erst anerkennen. Noch unlängst haben Sie auf unsere Warnungen vor Blackouts darauf hingewiesen, dass das wieder ein Versuch sei, das Land zu destabilisieren. Gut, man sieht, Sie folgen der Realität leider immer zu spät. Das muss man hier auch insgesamt zu Ihrer Politik sagen. Es reicht nicht, reaktiv zu agieren, wenn Katastrophen erfolgen und das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann Verbesserungen anzustoßen, sondern vielleicht vorher mal auf die Experten zu hören und die Dinge anzupacken, die angepackt werden müssen. Und Herr Innenminister, es ist schön, dass Sie jetzt die Anzahl der Waldbrände für 2022 genannt haben. In unserer vor sehr kurzer Zeit beantworteten großen Anfrage zu dem Thema war das noch nicht enthalten. Das wundert mich doch etwas. Es geht aber aus der Anfrage und Ihrer Antwort auch hervor, dass diese Brände eben nicht aus Zufall entstanden sind, sondern durch menschliches Zutun, Brandstiftungen, Versagen, Fahrlässigkeit und da ist die Stellschraube. Vielleicht jetzt noch mal kurz zu den Themen, die wir neben den strukturellen Veränderungen anstoßen müssen, wo wir ja insgesamt dabei sind. Sie haben ja in der Enquete uns auch gut zugehört. Wir brauchen, und das ist, glaube ich, Konsens in der Enquete, einen umfassenden Warnmix mit flächendeckenden, lautstarken Sirenen. Das ist ja jetzt schon angepackt worden, aber da muss noch deutlich mehr kommen im ganzen Land. Lautsprecherdurchsagen durch mobile Einsatzkräfte, eine konsequente Nutzung des Drittsenderechts für Sondersendungen in der Radio- und Fernsehübertragung der Öffentlich-Rechtlichen, sowie Push-SMS über Cell Broadcast, die dann automatisch an alle Mobiltelefone in der Region gesendet werden. Damit einhergehen, damit die Bevölkerung auch weiß, was hier mit diesen Warnungen anfangen soll, brauchen wir eine Sensibilisierung, wie das ja in Niederösterreich schon gemacht wird, in den Schulen und bei älteren Menschen für die Gefahr von Neukatastrophen, die Bedeutung der Serienensignale und das Verhalten im Katastrophenfall. Und ein großes Problem bei der Flutkatastrophe war, dass der Boss-Digitalfunk, Mobilfunk und die Festnetztelefonie im Ahrtal damals teilweise schon am Nachmittag weitgehend ausgefallen sind. Und die große Anzahl der Opfer auch damit zu erklären ist, dass man eben nicht mehr kommunizieren konnte. Und wir haben damals schon gefordert, besser gesicherte Standorte zu wählen, den Bossfunk redundant zu machen und Rückfallebenen einzurichten und entsprechende Empfänger bei den Einsatzkräften vorzuhalten. Herr Präsident, ich erlaube mir noch kurz abzuschließen. Frau Präsidentin, Verzeihung. Oder war das nur ein Hinweis auf die Lautstärke? Gut, danke sehr. Also wir werden als AfD alle sinnvollen Initiativen zur Verbesserung des Katastrophenschutzes im Sinne unserer Bürger unterstützen und die Beratungen konstruktiv begleiten. Vielen Dank.